hi der alex von eberslern.de hier in dem video möchte ich dir zeigen wie du drei klänge auf dem ebers spielen kannst aber bevor wir dazu kommen möchte ich ganz kurz zeigen was man mit drei klängen auf dem ebers eigentlich alles erreichen kann zumindest einen kurzen ausschnitt davon zum beispiel kannst du so einen reggae ruft ein spiel Oder zum Beispiel so einen Rockruf. Wie du siehst, kann man da schon mal eine ganze Menge erreichen. Es lohnt sich also, mit den Dreiklängen Siamismal auseinanderzusetzen. Weil es habe ich quasi nur Dreiklangstöne gespielt. Bevor ich dir jetzt zeige, wie man das spielt, möchte ich noch ganz kurz sagen, was ein Dreiklang überhaupt ist. Ein Dreiklang ist ein dreistimmiger Akkord. Das heißt, ein Akkord, der aus drei verschiedenen Tönen besteht. Die Akkordinstrumente, Gitarre oder Klavier oder Keyboard, spielen diese drei Töne meistens gleichzeitig. Wie auf dem Bass spielen die nacheinander. Quasi wir zerlegen den Akkord. Das nennt man dann Akkordzerlegung oder Arpeggiospielen. Das heißt, die Töne dieses Dreiklangs nacheinander spielen. Es gibt den Dur- und den Moll-Dreiklang. Es gibt auch noch einen übermäßigen, einen verminderten Dreiklang. Aber den schieben wir erstmal beiseite, weil in 99% der Fällen haben wir es in Pop und Rock mit Dur- und Moll-Dreiklängen zu tun. Ein Dur-Dreiklang besteht aus einem Grundton, der großen Terz und der Quinte. Sein Akkordsymbol ist meistens ein großes, ein großes Großbuchstabe und der Moll-Dreiklang besteht aus dem Grundton, der kleinen Terz und der Quinte. Und sein Akkordsymbol ist meistens ein Kleinbuchstabe oder ein Großbuchstabe mit einem M dahinter. So, wie machen wir das auf dem Bass? Wir sollten auf dem Bass drei Möglichkeiten haben, einen Dreiklang zu spielen. Sowohl den Dur- als auch den Moll-Dreiklang. Und zwar, wir sollten sowohl den Dur- als auch Moll-Dreiklang vom ersten Finger aus und vom zweiten und vom vierten Finger aus spielen können. Das heißt, der Grundton liegt einmal auf dem ersten Finger, einmal auf dem zweiten Finger, einmal auf dem vierten Finger. Schauen wir uns das mal am Beispiel von D an. D ist jetzt unser Grundton. D ist auf der A-Seite im fünften Bund. Das spiele ich jetzt erstmal mit dem ersten Finger und ich spiele jetzt den Dur-Dreiklang vom ersten Finger aus. Erster Finger D. So, und jetzt brauche ich die große Terz. Dur-Dreiklang, Grundton, große Terz, Quinte. Grundton, erster Finger. Die große Terz ist vier Halbtöne entfernt. Vier Halbtöne heißt vier Bündel. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist es Fis. D fürs große Terz. Und jetzt mit dem zweiten Finger auf der nächsthöheren Seite, auf der D-Seite im siebten Bund greifen wir die Quinte. Das wäre das erste Bild. Das erste Griffbild. Das zweite Griffbild mit dem zweiten Finger beginnend. Zweiter Finger beginnend. Auf der nächsten Seite einen Bund tiefer. Mit dem ersten Finger die große Terz. Und dann drei Bündel weiter auf der gleichen Seite. Die reine Quinte. Wäre das zweite Griffbild. Drittes Griffbild vom vierten Finger aus. Vierter Finger aufs D. Dann dritter Finger wieder auf die nächsthöhere Seite in den nächstzieferen Bund. Das heißt hier. Und die Quinte greifen wir jetzt auf der nächsthöheren Seite, auf der G-Seite im zweiten Bund. So, das sind die drei Möglichkeiten, das zu spielen. Machen wir das gleich nochmal. Erster Finger. Zweiter Finger. Und dritter Finger. Entschuldigung, vierter Finger. So, das wäre der Dur-Drei-Klang. Und jetzt der Moll-Drei-Klang. Wieder erster Finger. Grundton. Jetzt formen wir eine kleine Terz. Die kleine Terz ist nur dreieinhalb Töne entfernt. Eins, zwei, drei. Kleine Terz. Und wieder die reine Quinte. Genauso wie beim Dur-Akkord. Erstes Bild. Vom Grundton erster Finger aus. Grundton auf den zweiten Finger. Wären wir beim Dur jetzt so greifen konnten, müssen wir jetzt den Moll so greifen. Das heißt ein bisschen überstrecken. Der Moll-Drei-Klang. Vom zweiten Finger aus gesehen. So, und jetzt noch vom vierten Finger aus gesehen. Vierter Finger. Jetzt greift der zweite Finger. Erster Finger. Quinte. Und wieder zurück. Auch da nochmal alle drei nacheinander durch. Vom ersten Finger aus. Vom zweiten Finger aus. Und vom vierten Finger aus. Warum machen wir das? Warum üben wir das von drei verschiedenen Positionen aus? Ganz einfach. Wir wollen flexibel sein. Egal wo wir auf dem Hals sind. Wir wollen nicht nur zu der Position zurückspringen, die wir als einzigste kennen. Sondern wir wollen mehrere Positionen wissen. Ich zeige euch mal zum Beispiel, wie das aussehen könnte. D-Moll-G. D-Moll-Drei-Klang. Vom ersten Finger. Jetzt habe ich hier das G. Dann kann ich auch das vom ersten Finger spielen. Oder D-Moll vom zweiten Finger aus. Und ich kann G-Dur vom ersten Finger aus spielen. Oder D-Moll vom vierten Finger aus. Und G-Dur vom zweiten Finger aus. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal, weil ich eigentlich nur weiß, wie es vom ersten Finger ausgeht, immer rumrutschen. So, jetzt müsstest du eigentlich als nächstes dir einfach ein Stück nehmen und die Akkorde, Großbuchstaben Dur, Kleinbuchstaben Moll oder Großbuchstaben mit M dahinter Moll. Das kann ein Stück sein, was du in deiner Band spielst. Das kann ein Stück sein, was du im Songbuch findest. Das kann ein Stück sein, was du im Internet, wo du die Akkorde im Internet findest. Einfach nehmen, entweder das ganze Stück oder ein Teil vom Stück und dann schaust du dir die Akkorde an und spielst die Dreiklänge und versuchst dazu, Basslinien zu entwickeln. Und die Töne oder die Akkorde, die Basslinie, die du spielst, mit den Grundtönen, mit Tönen von den Dreiklängen, also quasi der Terz und der Quinte zu erweitern. Viel Spaß damit! Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben, wie du mit den Dreiklängen deine Basslinien ein bisschen erweitern kannst. Und du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn du da noch irgendwelche Fragen oder Anregungen hast. Du kannst mir aber auch schreiben, wie deine Fortschritte sind, wie sich das auf deinem Bassspiel ausgewirkt hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg damit. Ciao, der Alex von ewaslern.de